also kriegt das nachher wieder ok hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge haben wir drüber gehen wir haben ja mal ein fuhrgerät abgenommen zu mit den yogi der gerade in der aussichterungstelle ist und besoffen ist und mit den herber er mit den sebi ja danke ich fahre mit der aussichterungstelle der aussichterungstelle wo wo ist die in ich bin in elektro ich bin in elektro ich bin in elektro mal da könnt ihr mir sagen leute hier ist es so kann ich die einwerfstück ist nicht kaufen keiner hat zu wenig geld aber ich habe ich glaube ich habe 5000 abgehoben und trotzdem kann ich nicht kaufen ok user left your channel das war die user left your channel habe ich user joined your channel das ist total lang war ich mit 50 km h ja doch ich bin zu f... user left your channel user left your channel Ah, jetzt kann man ihn wieder gaskeken. Was ist jetzt wegen dem Ding, oder? Elifero. So, jetzt sehe ich es. Schau ich. Ja, das hier kann ich kaufen. Willst du mich verarschen? Ja. Weißt du, was ist passiert? Die erste Hilfe, Carsten kann dich kaufen. Ist jemand da? Okay, ja, ich bin da. Ja, aber wer es zu wechseln, Carsten kann sich nicht kaufen. Weißt du, wie deprimiert ist das? Was habe ich gekauft? Ja. Alles kann ich kaufen. Wieso ist Werkzeugkasten unbegrenzt, oder was? Du kannst ein Werkzeugkasten viermal benutzen. Dann muss ich e-drucken, um zu schauen, ob habe ich überhaupt ihn, oder? Ja. Und wo steht der? Du versuchst du da, wo sind diese alle Sachen, oder? Ja, eigentlich. Weil ich habe Spitzhacker gekauft, Karte, GPS, erste Hilfe, Carsten und MS-Brille. Okay. Ja, und wenn du dein Auto reparieren willst, musst du dich ans Auto stellen und Z drücken. TIP. Z. Z wie C. Z. Also... Okay. Aber, ne, aber für die Zukunft, und so weiter... ...meine ich. Egal. Ach so, und wie du siehst, wie viel Geld du hast, das siehst du, wenn du i drückst, der steht da... Jaja, hab ich auch bemerkt Du Blitzmerger Sein soll sich mal ruhig da alle, ich muss ja mit dem Herrn Johnson reden Der quatscht mir alle dazwischen Ich habe einen Nachricht bekommen Äh, Mike? Ja? Wie kann ich diese Nachricht lesen? Äh, ich glaube wenn du mit Z auf dein Handy gehst Okay Ähm Echt? Hä? Und wo kann ich lesen? Und wo kann ich lesen? Das kann ich dir leider nicht sorgen, ich habe von hinten eine Nachricht über Handy gekriegt Ja, du bist eine große Hilfe Hehehe Kuck Kuck Mö Chk Das zufrieden Auf Was bist du mit meinem? Nachricht Mann Die Scheiße Die Scheiße Ja, ja, ja Das ist die Die Scheiße Die Scheiße So, Wasser Alter, Essensteuer Ich kann euch sehen Mir das scheißegal Jogi, sag mal, dass dein Taxi schon da ist User joined your channel User joined your channel Das ist Das ist Das finde ich ein bisschen bitter Ja User left your channel User left your channel crow User left your channel User left your channel User left your channel Esanny Mariolink Was ist denn da? Ja, ich weiß es viel zu machen. So, was machen wir ja jetzt? Leute, ist jemand da? Hallo? Hallo? Jungs! Das ist nicht geil mit diesen fucking Cadets. Warum nicht? Das stand so hin. Eigentlich rennt! Oh, wer so mit der Arsch? Leute? Oh! Hallo, hallo! Es sieht nicht gut aus. Äh, heute, Leute, geh ich... Oh, Molle? Weiss nicht. Versatzhändler... 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 Okay... Hm... Was machen wir heute? Was machen wir heute? Was machen wir heute? Ähm, ja... Suche... Suche... Änderlich nicht. Aber... Nee... Was Prämentives machen! Ja, na... Oh... Machthändler... Ja, wir haben eine sehr gute Idee. Ja? Was macht der Sebi eigentlich? Ja, meldet sich endlich, meine Fresse! Was ist denn Sebi? Hey, ich rede mit euch. Ich glaube, nur in der Stadt kann ich mit euch reden. Nee... Hast du ja vorher mich auch gehört? Ja, hab ich, aber ich habe nicht geantwortet. Ich, äh... Ich rufe ständig... Leute, Leute! Ich melde sie euch nicht! Okay... Na ja, was machst du gerade? Ich... Ich will mir... was... Farmen! Ich überlege... Heroin oder Diamant! Ich gehe Diamant wahrscheinlich! Das kannst du noch nicht machen! Wieso? Weil... Du musst erstmal eine Skillstufe erreichen mit Äpfel farmen und so weiter! Äh... Was für Ding? Ja, in der Skillstufe, wenn ich verstehe, das Skillsystem auch noch nicht so ganz! Also, da bist du nicht der Einzige! Davon weiß ich gar nicht! Also, erstens muss ich die Äpfel farmen! Ja! Und dann Pfirsiche! Also, ich farme die ganze Zeit Pfirsiche, weil das bringt am meisten Karma! Also, ich kann jetzt sofort auch Pfirsiches, äh, farmen oder nicht? Ja, Pfirsiche kann zwar auch bei Heroin noch nicht! Aber... aber wie... wie lange noch? Das weiß ich nicht! Ich hab keine Ahnung! Du brauchst für Heroin erstmal Kukain Stufe 3! Und ich glaube für Kukain sonst machen wir Hada Stufe 3! Wann bekomme ich diese Stufe? Ja! Ich hab keine Ahnung! Oder wird mir angezeigt! Ich hab kein Matke! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Wir wollen jetzt hier noch ein Kind! Ich hab keine Ahnung! Wow, 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 lach die lach die, lach die Wo bist du, Maiky? Ich bin in Elektro-Scherlobe, der Ausdichterhundze ... äh, Ausdichterhundzehn. Ausdichterhundzehn. Ja, ich bin in Scher. Ausdichterhundzehn. Okay. Und mit was kann ich jetzt sammeln oder immer mit ... Maiky? Was, was ist Sim? Die Pfirsiche kann ich immer mit Windows-Tests sammeln oder nicht? Nein, 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 mit Leer-Taste ist. Oh! Was? Bin ich veran... Alter. Nur zwei, äh, gesammelt. Ist das bis Scheiße. Äh? Äh? Dol. Äh. 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 Ja, die Kiste. Genau. Oha! So schnell auf. Ich habe eine Frage Mike Ja Muss ich die Leertasse drucken oder muss ich nicht? Das weiß ich nicht, musst du auch zuwählen, also ich spamm die immer So User joined your channel User joined your channel User left your channel Und Forts Woh 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 Ahhhh Okay User joined your channel Ah! User joined your channel Also das mit Auto haben wir ja cool genommen Ahhhh Ich glaube für erste Skillstufe brauchst du 50 Pfirsiche zu sammeln Das weiß ich nicht Weil bei mir steht immer wenn ich sammle 17 von 50 Und je mehr er sammelt desto erhöht sich diese Stufe Verstanden? Ja Dann sag was immer Okay 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 Aber musst du dich nicht wiederholen? Ja Okay Ja Okay Ja Okay Ja Okay Ja Okay Okay Ja Okay Hehehe 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 Ja Hehehe Hehehe Manchmal denk ich, dass die Ritement fangt User left your channel. Wirklich? User joined your channel. Eieieiei. Hat Wichs das genervt. Na, wie gehts? User disconnected from your channel User joined your channel So, eigentlich ist es voll jetzt, Leute User joined your channel So, versichern und Über, rein machen Aber wie viel Auto hat hier Platz, von der Scheiß So, weiter Ich habe ja in den Test gesagt Error Und was machst du jetzt? Oder bist du in Gefährdnis? Ich begleite den Yugi Wieso? Wieso? Was? Was? Hallo, ich bin wieder da. Ich habe meinen Vater. Wer war das, Yugi? Wer war das? Mikey? Yugi? Wer war das? Das war der Yugi. Ach so. Na Yugi, wie geht's? H Was? Was? H Verstehe ich es nicht? Ja. Und wo ist Happy? Verstehe ich es nicht. Hier ist die Polizei oder was? 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 Wieso? 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 Bist du? Wieso? Bist du? Ja ich bin Level Up jetzt. Mit Skill Stufe 2 bin ich jetzt. Musste ich 50 sammeln. Jetzt sammle ich 2 bis 3 für sicher. Ist jemand da? Ich bin Level Up jetzt. 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 Ich bin Level Up. Lecker. Wo? Es regnet doch Naja Serbi, also ich mach jetzt hier, äh, ich beende jetzt hier die Aufnahme-Session. Ja, ich auch wahrscheinlich. Okay, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.